Was ist mit der? Die hat man nämlich auch nicht ausschießen können. Äh. Töckchen. Lilith. Töckchen. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Das überlegen wir jetzt aber noch. Naja, wenn wir nicht sind. Bitteschön. Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Bitteschön. Hast du was gefunden? Na, aber. Da bringt das Grün. Ah, ok. Gibt's hier, Baby? Ja, das ist das Zeug. Gibt's das mir? Nein. Warum sollte ich? Danke sehr. Ihnen nennen. Ah, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Jetzt wird's richtig lustig. Ich seh zu, dass ich ein Paar für dich phase. Boah. Boah. Die kommen ja von alle Seiten, die Jungs. Ja. Ja. Aber die... Die Frau macht Schaden, hey. Das muss man ja lassen. Da kann man ja noch rechnen. Das sieg's grad. Oh, ey. Der hat keine Chance gegen den Typen. Werde. Nice. Sehr nice. Boah. Boah. Luisa. Da ist ein Mord für dich eventuell. Ist. Wir nehmen sie mal mit. Ja. Okay. Na gut. Na gut. Na gut. Wir nehmen sie beide. Ja. Das sind seine geringsten Sorgen, die wir haben. Boah. Die ist cool. Alter. Was ist das da? Wo war sie wieder? Das da, was ich dahinten eingefangen habe und wo du Frau unserer Nosen daunst. Nein, 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 nein. Ey, der Schwede gehört zwar von dir. Du, was ist mit deinem Ding da? Ich bin down. Ja, nachladen muss das Ding schon einmal. Entschuldige. Nur, ich muss einen Kill machen, weil ich bin down. Entschuldigung, aber ich bin fast tot. Ja, ich auch. Ich bin auch tot. Scheiß. Hm, schöner Schaden. Kann ich einen töten? Wann? Wie bemühe ich? Ich bin down. Ich bin auch gleich down. Ja, wie. Er hat einen Millimeter noch gehabt. Die Hyperion Corporation. Sie sterben erst, wenn wir es sagen. Also. Sie sterben nicht. Sie sterben nicht. Ich habe eine Spezialfähigkeit auf der Maus. Auf der Vorwärts-Taste. Da habe ich sie immer gegen die Griff bereit. Ja, da habe ich sie auch. Ah. Na dann. Na dann kann ja nichts schief gehen. Das Problem ist, du bekommst Besuch. Keine Bewegung. Ach so? Ach so. Da ist einer. Das hat ihn ruhig gestellt. So. Einer ist down. So eine Herausforderung war das gar nicht. Okay. Der zweite ist auch down. Gut. Achtung. schon wieder zwei. Ähm. Ich habe ein Problem, Robert. nicht verliebt. Nicht verliebt. Ich, ich, ich. Ouch. Ich bin down. Der schießt ja mit der Keule die ganze Zeit auf mich. Der, hm. Schaffe ich es? Ich glaube ich schaff es. Ja. Ich glaube ich auch bei deinem. Ja. Ja. Jawoll. Achtung. Das bin ich. Das bin ich. Ich merke es gerade. Scheiße. Was ist? Jetzt bin ich gestorben. Warum? Ich bin zweit rückwärts gegangen ohne zu schauen und bin irgendwo runtergestürzt ins nichts. Na okay. Jupp. Ah. Wir müssen die Latour schätzen, ich meine. Naja. Da wo der Dings ist. Wo ist? Naja. Schau mal auf die Map. Also. Da. Was ist mit dir Mädel? Ich will das auch können. Hallo. Tja. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ziemlich fertig. Holst du mir noch ein Stück Eridium? Mädel. Wie hast du vorher überlebt? Du hast das ja auch vorher gefunden, oder? Und brauchst jetzt nicht irgendwelche Schakeln, die dir den Scheiß nachdragen. Ja. Das ist das Zeug. Gibt es mir? Na. Das nächste holst du selber. Ihr seid die Kammer auf. Es sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend, dank diesem Eridium Zeug. Keine Ahnung warum. Also. Beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Ich will das auch können. Ich bin auch eine Sirene. Naja. Ex-Freund. Quatscht du mit dir? Ich hab äh. Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Aber nicht falsch liegen. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still. Hier hast du auch teleportiert. Ja irgendwas passiert jetzt gerade. Na mir hat's erzählt, dass sonst noch... Ich hab dich grad mal drei Meter weit bewegt, oder? Sorry. Ich bin noch am üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Und jetzt? Zu Fuß? Oder was? Ja, nachdem Frau versagt hat, weil sie uns ja nicht teleportieren hat können, müssen wir zu Fuß weiter rennen. Hm? Achso, die. Ja. Okay Killer. Ich bin wie dein Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. noch eins. Nein, direkt rein. Genug! Brauchen wir uns ganz sicher. Das ist ein Resistent-Ding nem Scheiß. Gut, das war ja relativ rasch erledigt jetzt, naja? Hey, da greift noch ein dicker aus, ey Junge. Was das für eine Scheiße ist, dass du die zerreißt. Ich schätze mal, da werden wir wieder auf Freunde stoßen. Schauen wir mal. Bleiben wir stehen und schauen rein. Dann fahren wir zu der Mission hin. Ja, ich hab gesagt wir schauen rein, weil es gibt Skillpunkte. Achso. Na klar, je mehr Gegner, die wir umbringen, desto mehr Punkte bringen. Gehen wir rein. Roadkill. Bist du drüber gefahren? Ja. Ja, entschuldige. Ich war ein bisschen fester ein, weil du nicht über was ich glaubte. Da ist ein Dicker. Da ist ein Dicker. Was ist das nicht? Du schaffst mich meiner Scheiße. Du fassst mich meiner Schauf. Du blüßrl. Du blüßr. 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 Wo ist denn da noch einer? Ist jetzt der Ruhr oder? Nein da oben rennt noch einer. Alter bleib stehen würde ich treffen. Gut, dann hätten wir da alles. Hätte ich auch gesagt. Dann schauen wir jetzt noch in die Höhle ein, wo wir ja die Iridium Waffen bekommen haben. Uh, vielleicht gibt es wieder Iridium. Ah, das kann sein. Auf 12 Uhr Gegner. Geschütz raus! Geil! Ist da nur irgendwer? Ja. Ich denke nicht, nachdem ich auf eine Granate bin. Aber das hat gut funktioniert mit dem Schock Ding, was ich da habe. Ja. Weiterer Schock Waffen, das geht echt gut. Also wenn du fragst, irgendwo findest, dann bin ich da dankbar. Ja. Ich habe maximale Munition für die jetzt erreicht. Für Scharfschützengewehr. Uh, pass auf! Da ist einer! Den habe ich nicht gesehen. Oh! Oh! Jetzt wird man schießen! Ja! 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 Nein, ich habe das... Oh ey, ich habe keinen Schick mehr. Ich bin dauernd gleich. Ich bin dauernd. Oh! 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 Wiederbeleben? Ja, ja, ich bin am Weg. Ich bin am Weg. Ich bin am Weg. Du kommst wieder auf die Beine! Danke, Soldat! Dankeschön! Während die die wiederbeleben mal gemütlich nachladen, ne? Wenigstens ist unser Auto noch da. Ja. Das ist das da. Oh, ich sollte nachladen. Sag einmal, waren wir eigentlich schon mal da oben, wo dieses rote Ding da ist? Keine Ahnung. Hm. Du weißt schon, dass wir das jetzt herausfinden müssen. Ich denke schon. Da wird einer gegrillt. Ach, wenn es schmeckt. Hey! Wenigstens! Ich brauche nichts. Ich bin voll... Das weiß ich schon. Ich bin nicht voll. Ach, ich bin nicht voll. Okay, das ist einfach nur... Da hinten ist eine Hütte. Ich glaube, da waren wir schon, ja. Läuft einmal weiter. Du läufst weiter? Ja, ich will schauen, was da noch ist. Da ist nämlich eine Hütte neben so einer Bohr-Pump-Irgendwas-Station. Mach den Führerschein, Junge. Ja. 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 Das war's. Da, ja. 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 Das war's. schaffst du zum munizon wackeln? ja, habe ich mitgenommen so, jetzt werden wir unseren freien unterdrücken, noch einen besucher bestatten wo? pass auf du wolltest müssen wackeln, oder? ich meine, die habe ich eigentlich nicht gemeint, die uns da jetzt in die Quere gekommen sind sondern, ich habe die da im wohngebiet drinnen gemeint ja, sammelst du das ja auch, danke ich kann auch mal hallo sagen ich auch knallfrosch unterwegs wie innates wirf, weißt es ist in mir drin es ist in mir drin stimmt da ist was in dir drinnen ähm hast mich du gerade mit einer explosion da über die klippen runtergeschmissen? nein dann war das ein anderer ich bin auch hier unten bei dir und irgendwas schießt da auf uns richtig richtig ja, das ist noch zu weit ne, ich triff ganz gut gut, mit dem vielleicht nein aber aber damit und damit und damit hm? geht doch ich muss jetzt meine waffen geschwind durchladen da ist aber noch einer ja was sagt er? ä ww, ä ww, ä話 valor gesagt Oh, ein tollen Matcher für. Jawoll. Nachdem er jetzt speichert, nehme ich an, dass du Gegner auftauchen werden. Nachdem ich da unten bin, weiß ich nicht, wie da rauskommen soll. Gegner. Alter, das sind diese Selbstmordarten. Das sind diese Selbstmordentäter, die einen dann wegkatapultieren. Ach so, du bist schon wieder Figgi-Funger unterwegs. Das ganze gute Loot vor den Perlern, äh, vor den größeren. Wem hast du da schon wieder aufgeschreckt? Ich brauche Energie, wie auch immer. Du musst deinen Move machen. Ja, ich muss aber... Der steht so deppert, dass ich kein rotes Fondengreiz kriege. Aber... Der Kicker kommt gerade. Danke. War das das nicht, wo wir die Post gemacht haben? Ja. Und da ist... Fett nicht mehr. Fett, Fett. Ich bin nicht mehr aufgeräht. Ich bin nicht mehr aufgeräht. Ich bin nicht mehr aufgeräht. Da können wir nämlich verkaufen. Ey! Was denn? Du hast mir die Munition von der Nase weggenommen. Achso. Aber da ist eh ein Automat, das ist wurscht. It's worst.